Willkommen zurück zu dieser Folge von SimCityBuilded. Wir haben eine Menge, Menge Simulions. Ich habe inzwischen auch das Gymnasium hier gebaut. Das ist ziemlich, ziemlich groß. Und ja, das Osterevent ist leider vorbei. Ich habe von dem Osterevent goldene Schlüssel bekommen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht aufnehmen konnte. Ja, und das Event war auch fast vorbei, also ich musste es einfach machen. Das tut mir sehr leid. Ähm, ja, beim Strand habe ich gerade mal einen Rettungsring bekommen durch diese Videos hier. Ja, ich habe hier ein paar Sachen gesammelt, aber mein Stadtlager ist wieder voll. Das können wir gleich mal erweitern. So, jetzt ist es schon größer und... Ja, ich habe hier ein Frachtschiff. So. Hab gleich einen goldenen Schlüssel mehr. Hammer, Maßband, Schaufel. Okay, alles. Alles aus dem Werkzeugladen halt. Dann wollen wir hier mal ein bisschen was upgraden und direkt Level aufstehen. Knief, hat jemand ein Taschentuch. Service-Kategorie freigeschaltet Gesundheit. Abteilung für legendäre Projekte. Kleine Klinik, ähm, Klinik und wahrscheinlich... Krankenhaus. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir gleich hier das Große hin. So. Ja. Reicht überall hin. Und jetzt haben wir alle drei Gebäude. Ziehen wir nochmal... Ähm... Eher so eine Straße lang. Damit das so passt. Mit den Maßen. Oh. Müssen wir gleich mal verbessern. Ah ja, ähm... Hier können wir das auch einmal erweitern. Ich hab genug. Können wir die Straßen hier auch mal ein bisschen ausbauen. Ähm, ich verschiebe das gleich und es regnet wieder. Na super. Machen wir diese Metropole zur wirklich legendären Stadt. Bauen Sie die Abteilung für legendäre Projekte. Ähm, ich stelle die mal hier hin. Oh, die ist ziemlich klein. Sie haben es satt, auf Baumaterialien zu warten. Beschleunigen Sie die Produktionszeiten der Gewerbegebäude mit Tempomarken. Und ähm... Und ähm... Ah, nee, hier. Und dann... Dauer eine Stunde Multiplikator mal zwei. Ah, okay. Das ist gut zum Farmen. Und hier habe ich Farbe einmal freigeschaltet. Oh, Ausbau können wir gleich mal ausbauen. Ja, ich will das jetzt nicht nutzen. Ja, ich will das jetzt nicht nutzen. Ich lasse das einfach mal jetzt. Beim Farmen lohnt sich das vielleicht. Ja, mach ich. So, einmal das da. Das hier noch. Nein, danke. Die Bewerbung einmal wegmachen. Surferstrand, Stranderweiterungsbereich. Ja, ich will kein Simcash ausgeben, aber das hier funktioniert ja irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Zucker, Gewürze, Kochutensilien, Mehlbeute. Ah, also sowas wie Kochen. Kommt beim nächsten Level. Oh, ähm, ich habe die Massenproduktion freigeschaltet und die Hightech-Fabrik. 150.000. Ja, okay, die sind, die sind eigentlich halt viel besser. Die Produktionskapazität 5, aber, ja, ich warte lieber bis ich 150.000 habe. 150.000 Bewohner meine ich. So, sieht gleich schon viel besser aus. Jetzt muss ich nie mehr Geld für ein Buch bezahlen. Dazu sind ja Bibliotheken da. Ich gucke mal kurz was. Ähm, öffentliche Bibliothek, Gymnasium, allgemeine Hochschule wäre das nächste. Dann könnte ich hier die Universität bauen und dann, dann könnte ich halt hier Kernfusionsanlage bauen. Die ist halt, ähm, zwar sehr teuer, aber die bringt halt auch viel Strom. Bürgermeister, spüren sie diese frische Brise, Zeit am Strand zu bauen. Ja, mach ich mal. So, ein Holz brauchen die. Vier Hämmer, nee. Mach ich weg. Farbe Stahl, Maßband Stahl, Holz, Stahl. Das sind alles Sachen, die ich schnell herstellen kann. Also, einmal Stahl, Holz und, ja, was noch? Ein bisschen Plastik und Textil brauche ich ja gar nicht. So, Farbe, ja, fehlt. Hämmer, fehlt auch. Ja, Gemüse brauche ich jetzt gerade nicht. Oh, Tische freigeschaltet. Ja, kann ich auch noch nicht machen. Schüsslinge. Ich brauche einen einsamen mehr als Gras. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen. Scheint ein bisschen nackert zu sein. Sechs Plastik, ja gut. In Ordnung. Mal gucken, was ich verkaufen kann. Ja, ich verkaufe mal ein bisschen Textilien. Brauche ich ja momentan noch nicht. Bisschen mehr Stahl noch. Farbe, Holz, Plastik, Plastik, Holz, Plastik. Okay. Eine Minute dreißig. Oh, Mist. Das war gerade eine Werbung. Es gab gerade einen Cut. Also, ich habe die Werbung abgebrochen. Dankeschön. Ich werde hier keine Werbung machen für irgendwelche anderen Spiele. Kurz mal bei Heinz vorbeischauen, ob der was zu verkaufen hat. Oh, ja, der... Hey, hallo. Der hat Farbe. Und Holz. Und ein Tisch. Und Bretter. Ja gut. Kann ich alles gut gebrauchen. Gibt es noch ein Geschenk für mich? Ja, da oben. Maßband. Ey, die scheinen mich heute echt zu mögen. Das Maßband brauche ich auch. Direkt verkauft. Stahl lasse ich erst mal. So. Das hier. Und das hier einmal. 100, 186, fast. Plastik, Plastik, Plastik. Alles braucht Plastik. Wo habe ich denn Plastik? Noch 5 Minuten. Ja, okay. Ich warte dann aufs Plastik. Ähm. So. Oh. 3 Holz und 3 Hämmer. 2, 3. Jetzt fehlt bestimmt wieder Stahl und Holz. Ja. Holz fehlt auch noch. Mal sehen, was wird größer, das oder das hier. Ich glaube, das wird sogar noch größer. Oh Mann. Hier findet man nur kluge Sims. Ja. Ja. Ja, okay. Der Blitzableiter oder die Antenne, was es auch immer ist, ist höher. Materialien. Gut gemacht, Bürgermeister. Im Baustoffhandel gibt es jetzt Farbe. Ja. Ja, habe ich noch nicht gesehen oder so. Brauchen die hier irgendwo Samen? Samen, Samen. Nein. Dann kann ich die ja verwenden. Habe ich nicht genug zu. Habe ich gar nichts. Das war der Blitz. Stahl. Mineralien. Brauchen die Mineralien? Mineralien, ja. Eines. Einen Mineral brauchen die. Brauchen die Backstelle? Nein. Dann verkauf ich das auch. gut gemacht bürgermeister im laden für garten equipment gibt es jetzt baumschüsslinge warum sagt er mir das erst jetzt komisch plastik braucht noch drei minuten ja wird nur 20 minuten folge etwa ach ja jetzt haben wir das haben wir das damit die was zu tun haben dankeschön hier ist doch das nicht oder ja eine bulldozer schaufel vielleicht bekommen wir die ja du schon wieder im möbelladen gibt es jetzt tische zeigt er mir richtig früh einmal chemikalien für die die chemikalien wohl brauchen bei 15 minuten sind wir hier bei 14 14 minuten sind wir jetzt etwa ich mach mal zwei stück hier rein ja mach ich mal 1 minuten 45 plastik hämmer werden schon hergestellt plastik 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 und noch mal plastik wenn ich einmal richtig viel plastik habe dann kann ich alle upgraden eine minute 20 was wird da eigentlich noch noch ein lager schloss ein lager schloss und eine bulldozer schaufel und hier unten schiffsrat und tauchermaske das hier ist eigentlich meine tägliche routine wenn ich das spiel spiele außer dass ich hier häuser upgrade ich sammle eigentlich die ganze zeit geld stelle sachen her ich verkaufe sie stelle noch mal sachen her ich verkaufe sie ich gucke mir werbung an ich lese diese meinung durch oder ich tippe sie an bekomme dadurch auch ein paar sachen das wäre natürlich noch schöner wenn ich die handelszentrale hätte könnte ich auch mal sachen kaufen aber so zwei neue häuser eins und zwei die arbeit ist öde aber zumindest bekomme ich gehalt wo ist denn noch platz hier ist noch platz 12 ich glaube da müsste ich auch langsam mal wieder ähnlich landschaft parks ja da sind gar keine parks ruhiger park ist das richtig ne die müssen hier unten hin unten drunter so neun holz ein gemüse aber das gemüse braucht noch ein bisschen ok wenn wir einen strand hätten würde ich ausgedehnte strandspaziergänge machen hier ist der strand du kannst doch hingehen ich kann nur nichts drauf bauen ja ok jetzt geht es nicht mehr weiter ich hoffe euch hat das video gefallen lasst ein like da wenn es euch gefallen hat oha das ist eine ganz schöne menge mach ich gleich mal weg ähm lasst ein abo da wenn ihr nicht mehr verpassen wollt und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute 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 Bis zum nächsten Mal.